Richtiges ist der General, Herr Dr. Feierstaub. Herr Dr. Feierstaub ist Spezialrichter und Jugendrichter für viele, was ein Land tun wird und der westlichen Land vorliegt. Wir beginnen mit dem Englisch-Pockerspanel. Englisch-Pockerspanel sind sehr populär gelassen und werden immer noch jahrlich geführt. Die Blut der Retriever, zunächst der Gold Retriever, sehr beliebt mit seinem ordentlichen Wesen und seinem attraktiven Hochlein. Dann haben wir den Laborator Retriever mit seinem Befolgten und wir haben den Flat Gold Retriever. Melk und ich etwas schlanke, etwas elegane, bei ihm werden die Senatlast eingekleutzt. Wir haben eine Chesapeake Baby-Metriebe, ein großer, kräftiger, robuster Hund bezählte Wasserlacht. Wir haben die Chesapeake Baby-Metriebe, auch der speziell die Wasserlacht bezählte, auch der kräftiger, sehr muskulöser Hund. Wir haben die Chesapeake Baby-Metriebe, das ist ein Wunschbezieh. Wir haben die Chesapeake Vielen Dank.